Die Belastungsgrenze der Natur Herzlich Willkommen bei Abenteuer Forschung. Wir sind doch alle Menschen des 21. Jahrhunderts. Wir wissen doch schon alles. Dank Fernsehen, Internet, Zeitungen, Radio sind wir doch über alles informiert und nichts kann uns wirklich noch richtig erschüttern. Ein Mann erzählt uns so viele Geschichten, vielleicht zu viele Geschichten, aber so viele Geschichten, dass wir über manche nur noch schmunzeln und das meiste nehmen wir nur zur Kenntnis. Manchmal sind wir auch betroffen, aber im Großen und Ganzen läuft es so an uns vorüber. Und dann, dann gibt es die Geschichten, wo man denkt, nee, das kann doch nicht wahr sein, das gibt es doch nicht. Nie im Leben, das muss erfunden sein. Und ich habe das vorher nicht gewusst, ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist so irrsinnig. Schauen Sie es sich an, schauen Sie es sich an. Die Wüste Rub al-Khali in Saudi-Arabien. Sie gehört zu den trockensten Regionen der Erde. Doch ausgerechnet hier arbeitet man an der Verwirklichung eines Traums. Milch aus der Wüste. Mit Kühen aus deutscher Sucht. Klimaanlagen kühlen die Luft von 50 Grad auf für die Tiere erträgliche 26 Grad. Die hochgezüchteten Fremdlinge sind inzwischen unverzichtbar, will man die schnell wachsende Bevölkerung mit Milch und Fleisch versorgen. Traditionelle Kamelherden können den Bedarf nicht decken. Eine Kuh gibt bis zu 70 Liter Milch am Tag. Mehr als doppelt so viel wie in Deutschland. Ergebnis der Weiterzüchtung mit genetisch selektierten Samen aus den USA. Mit 32.000 Kühen ist dies eine der größten Milchfarmen der Welt. Einen Liter Milch zu erzeugen, erwordert 2500 Liter Wasser. Weltweit sind es im Durchschnitt nur 1000 Liter. Allein die künstliche Bewässerung der Felder verschlingt 15 Millionen Liter pro Tag. Gespeist aus nicht erneuerbarem, fossilem Grundwasser. In weniger als 40 Jahren wird das Grundwasser verbraucht sein. Saudi-Arabien muss dann aber doppelt so viele Einwohner ernähren wie heute. Shanghai. In der chinesischen Metropole leben 15 Millionen Menschen. 1990 wurde die Stadt zur Sonderwirtschaftszone erklärt und damit interessant für ausländische Investoren. Die Verdienstchancen sind verlockend. Mit dem gestiegenen Wohlstand hat sich das Konsumverhalten verändert. Eine Entwicklung mit dramatischen Folgen. Westlicher Lebensstandard ist zum Vorbild geworden. Der Fleischverbrauch im Landesdurchschnitt hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Immer mehr Schweinefleisch wird importiert. Im vergangenen Jahr waren es erstmals über 100.000 Pollen. China muss 20 Prozent der Weltbevölkerung ernähren. Doch das Land verfügt nur über 7 Prozent der kultivierbaren Ackerfläche. Eine prekäre Situation. 1,3 Milliarden Chinesen müssen versorgt werden. Tendenz steigend. Mit konventionellen Anbaumethoden kann das Land aus eigener Kraft bei der Versorgung nicht statthalten. Selbst intensivste Bugennutzung bringt nicht genügend Ertrag. Und die Situation verschärft sich zusehends. Die rückhaltlose Ausbeutung und der Klimawandel führen zu Bodenerosion und Landverlust. Die große Sandwüste im Norden des Landes frisst sich immer weiter voran. Mehr als ein Drittel des Landes ist davon bedroht. Auch die Hauptstadt Peking gerät in Gefahr, im Sand zu versinken. So ist es aus chinesischer Sicht nur konsequent, sich in anderen Ländern nach neuem Ackerland umzusehen. Die Suche richtet sich auf ausgedehnte, noch ursprüngliche oder nur dünn besiedelte Landstriche in der ganzen Welt. Und China ist fündig geworden. In den Regenwäldern Südamerikas und Südostasiens, sowie in den Tropen Afrikas. Dort, wo seitens der Landbesitzer kein Widerstand zu erwarten ist und man sich auf staatlicher Ebene einig wird, werden langlaufende Pachtverträge geschlossen. So wie im zentralafrikanischen Kamerun, einst portugiesische, deutsche und französische Kolonie. Die neuen Herren kommen aus dem Reich der Mitte. Jianjun Wang ist seit einem Jahr in Kamerun. Die Farm, die er leitet, liegt auf fruchtbarem Boden. Das Klima ist ideal für Reis, Mais und Sojaanbau. Wang ist Chef von 20 Angestellten. Einheimische, die die komplette Feldarbeit erledigen. Dazu gehört auch das Ausbringen der Pestizide. Ihr Lohn umgerechnet 40 Euro im Monat. Die gesamte Jahresernte der 10.000 Hektar großen Farm geht nach China. China hat sich, außer in Kamerun, Land in Uganda, Tansania, Mexiko, Russland, auf den Philippinen und in Australien gesichert. Und China ist kein Einzelfall. Zu den größten Agrarkolonialisten zählen Südkorea, Japan, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Mit einer Fläche von insgesamt 8 Millionen Hektar. Eine globalisierte Landwirtschaft ist inzwischen Alltag. Denn immer mehr Länder können die Ernährung ihrer Bevölkerung anders nicht mehr sichern. Doch der sich ausweitende Agrarkolonialismus wirkt Sprengstoff. Denn ausgerechnet den ärmsten Ländern wird die Grundlage zur Selbstversorgung gehaubt. Schon heute sind einige von Hilfslieferungen abhängig. Und in 20 Jahren werden gerade sie zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Erde gehören. In Mexiko und Madagaskar kam es wegen des neuen Kolonialismus schon zu heftigen Demonstrationen. Auf Haiti starben vier Menschen bei Aufständen. Der Versuch einiger Staaten, auf Kosten schwächerer die eigene Zukunft zu sichern, erweist sich als gefährlicher Erwäg. Tja, so ist die Lage. Die Population des Homo sapiens hat sich noch nie so rasant vergrößert wie heute. Zum ersten Mal erleben Menschen während ihrer Lebenszeit die Verdoppelung der Weltbevölkerung. Also, die Erhöhung der schieren Zahl der Menschen multipliziert mit dem erhöhten Anspruchsdenken des Einzelnen, das produziert die ungesicherte Bombe der Überbevölkerung. Und während wir uns über Mäuschen-Riesen-Gedanken machen, übersehen wir den großen Elefanten. Das größte Problem auf dem Globus überhaupt, nämlich das noch 40 Jahre anhaltende, wachsende Weltbevölkerung. Und da müssen wir mit Anstand und Würde hindurch. Wie kam es eigentlich zu dieser enormen Vermehrung? Ich meine, reproduzieren wir uns nur deshalb so gerne, weil es so großen Spaß macht, es zu versuchen? Oder gibt es noch andere Gründe? In der Savanne des südlichen Afrikas lebt eine Gruppe von Menschen, für die Überbevölkerung kein Thema zu sein scheint. Nomaden. Nomadische Kulturen, wie die San der Kalahari, sind Jäger. Sie leben von dem, was sie umherziehend erbeuten. Und das seit Jahrtausenden. Das, was die Region bietet, ernährt die Familien. Besondere Strategien verhindern, dass die Populationen größer werden, als die Natur sie verkraftet. Bei den San sind es die Frauen, die traditionell Familienpolitik betreiben. Drei bis vier Jahre lang werden die Kinder gestillt. Stillen verhindert in der Regel den Eisprung. In dieser Zeit kommt es daher zu keiner weiteren Empfängnis. Als die San in den 1950er Jahren in den Fokus der Ethnologen gerieten, stellten die Forscher fest, dass bei den San-Mädchen die Menstruation zwei bis drei Jahre später einsetzt, als bei den Mädchen in den USA und in Europa. Es ist vermutlich das Ergebnis der spartanischen Ernährungsweise. Ihr Wissen von Medizinalpflanzen, wie von der empfängnisverhütenden Wirkung einer Pflanzenrinde, ermöglichte den San eine gewisse Geburtenkontrolle. Hilfreich, um auch längeren Durststrecken zu trotzen und besonders wagere Zeiten zu überstehen. Ihre nomadische Kultur überdauert so schon Jahrtausende. Auch unsere Vorfahren lebten einst als Nomaden. Doch schließlich wurden sie Ackerbauern und Viehzüchter. Es war der Startschuss für eine Entwicklung, die sich nun nicht mehr aufhalten ließ. Mit gravierenden Folgen. Überreste einer der ältesten Siedlungen der Menschheit. Beida in Jordanien. Sie belegt, dass der Wandel vor etwa 10.000 Jahren begann. Die Menschen errichteten ihre Häuser in einer fruchtbaren Region, die sich halbmondförmig vom Nil bis zu Euphrat und Tigris erstreckte. So muss diese Stadt einst ausgesehen haben. Feste Warten für 400 Menschen, teilweise sogar unter Kellert für die Vorratshaltung. Nur wenig entfernt die Siedlung Bastar. Eine damals beeindruckende Megropole mit mehr als 2000 Bewohnern. Kinder hüteten Vieh und halfen beim Hausbau. Sie waren nicht mehr nur zusätzliche Kostgänger. Für die Menschen in der neusteinseitlichen Megacity bekam der Nachwuchs damit eine ganz neue Bedeutung. In der Folge entstand die Arbeitsteilung. Grundlage von Fortschritt und Bevölkerungswachstum. Hochkulturen entwickelten sich. Die urbanen Zentren wurden größer. Und allmählich wuchs die Weltbevölkerung. War die Zahl der die Erde bevölkernden Menschen bis zur Zeit der ägyptischen Pharaonen auf schätzungsweise 200 Millionen gestiegen, blieb sie in der Folge relativ konstant. Über Jahrtausende wuchs die Weltbevölkerung nur sehr langsam. Vor etwa 200 Jahren änderte sich die Situation dramatisch. Das jährliche Wachstum schnellte plötzlich nach oben. Die Ursache? Der Beginn der industriellen Revolution. Technischer und medizinischer Fortschritt sorgten Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa und Nordamerika für bessere Hygiene, sinkende Kindersterblichkeit und steigende Lebenserwachung. Die Folgen? Kinderreichtum und ein anhaltendes Bevölkerungswachstum bis heute. Die Zahl der Menschen auf unserem Planeten nimmt weiter unaufhaltsam zu. Alle Beschlüsse, die das Wachstum bremsen sollen, zeigen erst Jahrzehnte später Wirkung. Das Bevölkerungswachstum verhält sich wie ein rasender Zug. Selbst bei einer Vollbremsung braucht er noch lange, bis er zum Stehen kommt. Haben wir uns keine Illusionen. Zurück zu den Jägern und Sammlern können wir nicht mehr. Deren Flächenverbrauch war und ist übrigens enorm. Wir müssen dem globalen Problem ins Auge schauen. Die Menschheitsgeschichte ist ja geprägt von Phasenübergängen. Dem Übergang von der Jägersammlergesellschaft zu den landwirtschaftlichen und später dann zu den industrialisierten Gesellschaften. Und die haben ja die Bevölkerungsexplosion erst richtig ausgelöst. Wie müsste denn jetzt die nächste Phase der Menschheit aussehen, damit sich die Bevölkerungsentwicklung im Einklang mit den Ressourcen vollziehen kann? Und vor allen Dingen, welches Instrumentarium haben wir eigentlich im fortgeschrittenen Stadium jetzt noch zur Verfügung, um dieses Problem langfristig menschenwürdig zu lösen? Ein gewöhnliches Kinderheim in China. Eines fällt sofort auf. Es sind vorwiegend Mädchen, die hier heranwachsen. Tausende kleiner Mädchen werden jedes Jahr in China ausgesetzt. 99 von 100 verlassenen Kindern sind Mädchen. Traurige Konsequenz einer fehlgeleiteten Bevölkerungspolitik. Kinderreichtum war weit verbreitet, bis China sich vor 40 Jahren mit einer dramatischen Entwicklung konfrontiert sah, einer drohenden Übervölkerung. Um die Gefahr abzuwenden und im Vergleich zum Westen wirtschaftlich nicht zurückzufallen, verordnete China 1979 die sogenannte Ein-Kind-Politik. Jede Familie durfte mit wenigen Ausnahmen nur ein Kind haben. Die Wertschätzung männlicher Nachkommen in Chinas Gesellschaft veranlasste Eltern, auf das Geschlecht des einzigen Kindes Einfluss zu nehmen. Abtreibungen oder gar Tötung von neugeborenen Mädchen waren die Folge. Zählte man 1953 knapp 600 Millionen Einwohner, waren es Ende der 70er fast eine Milliarde. In nur 40 Jahren wäre die Zahl absehbar auf zwei Milliarden angewachsen. Deshalb entschied sich die Führung zu dem radikalen Schritt, die Geburten zu begrenzen. So verhinderte Chinas Führung drohende Hungersnöte und soziale Unruhen. In der gewonnenen Atempause gelang es tatsächlich, wirtschaftlich aufzuholen und einen Standard zu erreichen, der dem Westlichen kaum nachsteht. Doch stellten sich unliebsame Begleitfolgen ein. Eine Generation von Einzelkindern wuchs heran, verwöhnt wie Paschas. Die Zahl extrem übergewichtiger Chinesen sprang auf 15 Prozent. In Deutschland sind es zum Vergleich 12 Prozent.